Gestern hat Minecraft ja die neue Waffe, den Streitkolben, bekommen, den man aus zwei neuen Items craften kann. Doch wusstet ihr, wie OP das Ding aktuell noch ist? Da du ja mehr Schaden machst, wenn du tiefer fällst, wird der Damage-Output quasi auch bis zur maximalen Bauhöhe gestackt. So kannst du also den Wad... ...den Wither... ...oder sogar den Enderdrachen One-Hitten. Und da du durch ein getimtes Schlagen auch keinen Fallschaden bekommst, ist das Ganze sogar noch mehr OP. Kombiniert mit einer Elytra ist es einfach nur verrückt. Holy damn. Ich bin mir zwar sicher, dass das Ganze in irgendeiner Form noch abgeändert wird, aber lustig ist es allemal. Ich rate euch jetzt innerhalb von fünf Sekunden, den Kanal zu abonnieren oder ich one-hitte euch mit meinem Hammer. Bitte?